So, weiter geht's mit einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare 2, mit der Kampagne, wir sind hier stehen geblieben. Ähm, so, Aufzug benutzen. Und ich glaub, wir haben's geschafft. Oh, yes. Die Waffen werden ja immer besser. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Die Lieferung aus Spanien kam pünktlich an. Ich, ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und die Pakete da sein werden. Sin nombre, estás preparado para otro incitante. Feliz viaje. Muy bien, empecemos. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sin Nombre. Valeria? Bist du sicher, Hermano? Ja. Wir müssen handeln. Rave, Sin Nombre gibt dich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen Silevent. Oh mein Gott, das war richtig. Ich bin voll nie jemandem, Cabron. Eine der Konsequenzen in den Knie und Regen. Und das ist es nicht. Ohne Team, ihr könnt übernehmen. El Sin Nombre. Me amo Valeria. Geschickt versteckt. Versteckt. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Diese Sprüche, ja. Hermano, ¿qué pasa? Valeria, ich kenne sie. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barscher Holle, du verlogenes Mischo. Ja, ja. Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mirais, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selbe Einheit. Ihr wart die Wilden, ha? Los Barqueros. Wir waren die seriösen Senores y Senoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña, du acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergissen. Genau das haben wir getan. Ihr müsstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfalle in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergissen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefüllt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nichts Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Und du's Hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Ziehe es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Karacho! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergissen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mach ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich geb dir 10 Sekunden, dann zeig ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier. Ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sag ich euch wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Verschwindet aus Las Almas Zimmel, Largania! Wir sollen kein Deal angehen, hat er gesagt. Deal. Und bis dahin, bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF 141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit drei Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Grave, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Wohinsel voraus! Ich dachte, diese Missionen hatten wir in der Falle nicht gesehen, ne? Lachen wir uns selbst sein! Alle Stationen schiffen nicht weiter! Verstanden, habt ihr vorbereitet! Bleibt doch im Plan! Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete! Und wenn sie lügt? Gott! Gott, hilf wir! Gott, hilf uns allen! Drei seid für alles! Könnte eine Falle sein! Kommando, wir sind bereit! Verstanden! An die Arbeit! Eingehackst! Auf und auf sie! An alle Shadows! Die Rakete ist auf dieser Plattform! Ich will eine vollständige Eindämmung! Alles klar! Drei Alcantara im Innern! Gehen rein! Jo! Diese Mission hat man im Trailer gesehen! Soap, nach rechts, alles sicher! Ist auch alles sicher! Hallo? Mach ich's doch hier durch, oder? Wow! Ich hab' gesichert! Komm' raus! Verstanden! Wo? Wo? O nein! asteia! Ach, da währenddieronig gebaut, die Waffen. Verstanden! Alle Shadows, weiter, zum Hauptdeck! Verstanden! Shadows, mutterwegs zum Hauptdeck! Zwei cheated! Ich bin medioWas, gut! W надо! Die kommen kend's ... Sicher! ich habe nachladen was hat ihn gedrückt oh mein gott was wie ist dein status gehen jetzt mit shadow 3 an bord des chefs wissen dass wir sie müssen uns bei alle shadows ausschwärmen ich will den container sofort überwacht haben bestätigt unterwegs wir müssen los shadow 1 leuchtsignale von der bohrinsel gedichtet ist euer status over sie signalisieren dem schiff sie werden die rakete schaffen das ist die erste stufe wir haben noch zeit alle shadows alle shadows der mutter ist auf dem helipad 2 1 wir greifen an gib uns deckung 2 bestätigt nach dem helipad der 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 die treppe ha kommen wir nicht auf welche treppe denn hier oben und an der Kugel. Hä? Ach, Tier, die sind ja alles drin. Alter. Oh. Kommando, hier ist Shadow 1. Vorinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Öffnen. Oh, was ist denn los? Nichts. Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Ich dachte, das wäre das Schiff. Wo ist die Steuerung? Was soll denn das nicht machen? Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Alejandro, Feuerschutz. Soak mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Die Müllsteckung, Hermano. Einhaken, Sergeant. An alle Einheiten. Raketensteuerung gesichert. Nicht wiederholen. Raketensteuerung auf der Brücke. Verstanden. Los, los, ausrücken. Los, hier ist 0,1. Wieder ein Wasser. Neher und Sonderposition. Verstanden. Wir stehen unter Beschuss. Euer Empfang betreuen. Verstanden. An Deck müssen wir zur Brücke. Schnell. Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir in Bord? Über die Rappe. Höchst, als die Flasen. Stürzen wir uns ins Feuergefecht. Die Raketensteuerung ist auf der Brücke. Wir müssen den Start verhindern. Alejandro, Seite von der Voreinflauchstattung. Höchst, nach oben, Tor. Was? Ach, da kommt hin. Ja, von könnten könnten wir uns schlagen. Ja, okay. Die Raketensteuerung ist auf der Brücke. Wir müssen den Start verhindern. Alle Krankenhaus, Seite von der Voreinflauchstattung. Wir rücken nach oben, Tor. Gut, das ist nicht. Okay, auf, Tor. Ja, richtig. Die Container sind unsere einzige Beschuss. Was glaubt, dass du nicht der Christ warst? In Bewegung. Wir dringen nach oben, Tor. In Bewegung. Wir kippen. Achtung auf die Container. Achtung auf die Ecke. Wir dringen nach oben, Tor. Tor, Tor, Tor. Stehe die Brücke ans Oberdeck. Du kommst auf dem Dritten. Wir müssen zu dieser Tür. Was soll ich? In der 1, wir erkennen den Sandbereich. Die beiden auf die Brücke. Die 1, wir kämpfen uns zum Eintang vor. Verstand es. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ich weiß halt nicht, wo ich hier langlaufen muss. Wir sehen, wir konnten. Ich weiß nicht, wo wir sehen. Jetzt weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo wir sehen. Das hat sich gemacht. Genau. Der Punkt ist neber. Es geht um einen. Die Beine, die Rückkehr in der Seite! Verleihung auf diese Brücke! Die A1, wir kämpfen zum Eingang vor! Die Beine! was war das denn jetzt schon wieder es ist ja die schweiz 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 Oh mein Gott, was ist denn da? Oh mein Gott, was ist denn da? Oh Gott, was kommt denn hier? Was ist doch los? Die Allies, die Kempel sind in den Eingarten. Was ist denn da? Die Kempel sind hier, siehst du aus. Die Kempel sind in den Eingarten. Die Kempel sind hier. Das ist ein Wir sehen uns nicht, was wir geschlossen haben. Mein Gott weiß es nicht. Ich bin der Niederlage. Oh, ich bin der Niederlage. Ich bin der Niederlage. Nix von dir! ok welche türen die nach der türen so die steuerung liegt dahinter ok zurück hier ist shadow 1 sprengen den brückeneingang aus in den korridor in den korridor was die fack ich hab mir zwei schuss gegeben wo kontakt in den korridor passen ok das war es ok raum gesichert korridor sicher oh hending die treppe rauf ja ja mit der 1 wir rücken zur brücke vor kurz heilung bestätigt vierhalte katala im inneren roger bereithalten adro ruhe ich hab keine muni mehr los rein da ich hab keine muni mehr ok haben die steuerung linken und sein komm schon baby komm schon baby komm schon baby wir können sie nicht entschärfen wieso nicht das ist zu spät gibt es keinen abbruch code tja also dieses fenster hat sich wohl geschlossen gold eagle hier ist shadow 1 rakete ist in startphase und zündet gleich bitte komm verstanden shadow dann müssen wir sie sprengen verstanden kommando bitte warten so prannern die steuerung wir müssen das gemeinsam machen jetzt tickt die uhr also müssen wir uns sputen bruder ok zwei mann job so bin drin kommando sind an der steuerung was ist der befehl geben sie den sns code ein für die detonation was ist ein sns code sprengung nach start wir zerstören die bohrinseln mit der rakete alejandro ist noch dort mit den shadows alle einheiten räumt die bohrinsel wiederhole räumt die bohrinsel leute wie viel zeit haben wir eine minute verstanden in bewährung los an die steuerung so ok ja aktiviere den diagnose modus um den login zu umgehen so drückt die tasten clear und mode gleichzeitig clear clear und mode drücken das bedeutet clear und mode ok erledigt moment was passiert hier nur etwas technik magie ok jetzt brauche ich die letzte ziffer in reihe 2 spalte 1 die rechte ziffer wie denn l wie lima negativ reihe 2 spalte 1 nochmal wie wähle ich das denn aus nein c wie charlie perfekto ihr ziel ist new orleans nicht mehr ziel aktualisiert drück execute und das war's genießen wir unser werk sergeant ok ich hab wirklich nicht gewusst gerade was ich gedrückt hab ok an alle achtung gleich knallt es rakete abgefeuert seht durch diesen wunderschönen scheiße heilige verdammte scheiße alejandro alles ok heilige unterholtes du fattest wahnsinn dran alles ok bestätigt dir dir ist alles gut hermano gold eagle hier shadow 1 treffer treffer rakete und boin sind zerstört verstanden shadow 1 gut gemacht jetzt raus da und nach hause soap ghost danke für die gute arbeit verstanden kommando zurück zur basis die unmittelbare zukunft trete zurück was ganz recht bist du irre das ist meine basis keine basis es ist eine beträchtliche geheimanlage und ich mag sie also nehme ich sie ihr wurdet freigestellt danke für eure dienste nein 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 du kannst mir nichts befehlen hat nicht valeria sowas gesagt da frage ich mich doch was ich sonst noch wissen sollte über deine verbindung zum drogenhandel was zum teufel hast du gerade gesagt wenn der ist zu weit graves tut das nicht tut das nicht ich will kein blut vergießen war das eine drohung soldat ich bedrohe nicht ich gebe garantien also ganz locker ich rufe shepherd general shepherd lässt schön grüßen er wusste ihr würdet das nicht gut aufnehmen wer weiß davon er hat mich zum befehlshaber dieser operation gemacht also haltet alle den ball flach Zeit dass die profis hier übernehmen und warum tun wir noch so als hättet ihr irgendetwas zu sagen ich habe befehle und ihr jetzt auch und für wen hältst du dich eigentlich Cabron meine männer sind da drin ich fürchte nicht deine männer wurden verhaftet Raves was soll das was ist das doch noch mal los johnny verschwinde sauch Geh! Hörst du, Ghosts? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Das ist ein Mistkerl. Findet sie! No! No! Hörst du! 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 Ghost, hier ist 7.1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? So, Leute, wieder das Ganze. Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. So, wie das Ganze weitergeht in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung und auch ein Abo da. Morgen 18 Uhr kommt die nächste Folge. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.